hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft stoneblock 3 hallo deltor du kannst gerne wieder mitspielen wenn es denn bei dir geht wenn alles wieder okay ist bei der familie und so nicht böse sein ausraster kommen ab und zu mal kann passieren ok ich wollte hier ausprobieren was passiert weil ich nehme hier noch mal zwei stacks raus hier drei ich hatte hier vorne hier hatte ich reingeworfen was war das was ist rausgekommen nur glas jetzt mache ich das gleiche hier noch mal muss da das dann testen wir den gast da was rauskommt die funken fliegen die funken fliegen so sieht es aus was dauert er echt ewig deshalb wollte ich hinten wo die meinigen der menschen ist da wollte ich unseren meiner hinstellen dann sondern bilder er sollte da bitte gut das ist jetzt ins deck muss man halt warten nach fünf minuten ist hier immer noch nichts passiert also das scheint in der mitte nicht zu gehen doch ich habe irgendwas gekriegt wurde es wurde kurz dunkel und wo das so weil ich in das feuer eingelaufen bin richtig dann schmeiße ich jetzt hier mal den gast rein der nicht rein passen weil zu hängen wie doof will ich hier wer hat denn das hier gebaut da geht ja so gar nicht ich bin mit abo werden sich bitte wie könnte ich denn hier das rein bekommen dann habe ich das jetzt gut so da kommt raus das geist und das redstone das quatsch das rohmehl und was was ich schlag mich tot dann geht es weiter mit wer das nächste sonne und dahin doch da einfach und da ist auch drin lass mich raten lava und dann ergibt glas glas geh mich mal davon aus mach hin mach hin na warte echt fertig hast du rausgekommen wer hätte es gedacht glas das okay gut 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 kombiniert jetzt das ding noch mal zur erklärung da hinten dieses feuer ist darunter ist never weg und never weg angezündet gibt hat blaues feuer und hier das wird nicht raus dass sie nicht raus gezogen junge junge warum ist hier vielleicht soll sind ist ich mal aus und also soll sein aus sand und ja das macht auch sinn hätte ich mir auch denken können so und hier sand waschen ergibt silber kupfer gold sulfur schwefel und das kam aus sand raus da geht's ravel lass mich raten glas stimmt oder hier gibt es nur glas so wo waren wir bei ronica die haben wir slack da kriegt man nur slack raus also schlage schlage ich will funktioniert hier nicht also nicht dass ich da irgendwas rausgekriegt hätte schilder machen sollen jetzt gehen zu spät und hier waschen müsste aber gehen wo ich sehe schon wo war mal bei slack ne also labislazuli eisen kriegt man nur durch kies blind ist klar emerald jetzt sind über diamonds und amethyst ok also hier sollte man gar nichts machen werden das ausprobieren und zwar ist jetzt die erde dran kies haben wir ja durch ne kies ging in der mitte gar nicht jetzt geht es mal damit dirt dirt also dreck was kommt hier aus dreck raus aus dreck kommt raus ja erde kann man auch sagen nix oder jemanden und amethyst hatte ich doch eben schon ne dreck verbrennt einfach hier drin ok gut nächster trick dahin so ah soul soil hab ich das nicht gebraucht um soul send im letzten projekt zu machen oder so irgendwas irgendwie die habe ich doch so soll gebracht so jetzt hier nochmal dreck drin was nicht funktioniert wieder einmal zur seite auswerfen dann geht ab ok ok offensichtlich lässt sich er denn nicht waschen also macht das hier sinn sand kies und war das andere war ich das? nee das war ich nicht sand kies und also bei wasser sand kies und äh wie hieß es das also staub komm raus komm raus komm raus hallo jetzt kommt das nicht mehr raus ich glaub's ja nicht geh also keinen keine erde durch das da markieren irgendwie was passiert wenn ich jetzt nochmal 8 soul sind und 8 soul soll nacheinander nur um zu testen dann muss ich den umstellen und zwar kein soul send da guck ich mal was da rauskommt bist du doch was rauskommt oder? ok schon fertig ja da kommt raus closed so ok jetzt das gleiche nochmal mit soul also die waschanlage ist auf jeden Fall viel viel besser wusste ich was ich hin ach so was das soll soll was ich jetzt hier und sein draus nehmen so ein soll reinpacken das jetzt schon wieder das ist am wurzeln so soll so soll so soll warte habe ich das jetzt wieder aufgenommen moment wohl soll ja hab ich wieder aufgenommen okay also bringt hier da drin gar nichts was ist wenn ich das hier reinwerfe in das Höllenfeuer habt ihr mitgeschrieben? am besten ihr schreibt mit weil ich hab's vergessen ok 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 es wird auch rausgeploppt also nichts passiert 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 wenn ich so soll da reinwerfen ja wenn ich's dann reinwerfen könnte ist es drinnen? es ist drinnen es ist drinnen ok ich glaube es ist weg weil das ok was mache ich mit weil das weil das mache ich äh corrupted ingots ok also das funktioniert also jetzt habe ich noch nicht probiert was ist wenn ich so sind da habe ich es probiert jetzt muss ich den nochmal umändern und zwar hier in und sind wenn ich den in die mitte muss man wohl mein eigenes video später angucken um das zu notieren ich habe es nämlich echt vergessen kommt halt vor oh stop 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 das kam raus es ist weggeploppt oder waren das eben auch weil das ist ok also soll send und soll soll er gibt weil das ist ich glaube das habe ich und ausprobiert ne soll dann da reinwerfen das ging gar nicht ne ich würde so soll und sind und sind 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 und sind mein so soll aber so sein wird hier nicht funktioniert nicht getestet so soll das wirkt richtig gut erst durch macht weil das oder viele dust oder wie auch immer das nennen wollte total durcheinander sicher ich habe das schon getestet hier da kommen die punkten glaube ich mal also säule kann man sonst glaube ich nichts mehr machen ich erzählen noch mal probieren es verschwindet einfach das verschwinde tieren natürlich natürlich weil ich mich hier nicht eingestellt habe und soll ach man und funken sieht so aus aber ich habe nicht nicht ich glaube so soll war überall irgendjemand macht die branche lexiker botaniker das funktioniert nicht wenn ich es hier noch mal bitte aufnehmen ja dann wird es kurz dunkel das geht ja weil das okay alles klar ich glaube wir sind durch so wie wurde das gebaut das habe ich erklärt netherrack und mit dem feuerzeug anzünden hier ist wasserhalt drin hier hinten sind diese fans die sind verbunden mit so einem fließband und dann sind sie alle können sie hier durchballern alles gut ich finde ich sollte das mal lassen hier wäre das so weit zu der erklärung ich schreibe es mir irgendwann auch leicht denn ich habe es jetzt echt schon wieder vergessen das war glaube ich hier ne kies war hier der springende punkt also das hüpfende komma das machen wir mal gleich ein bisschen was da hin da kommt ne eisen erde oder kies wir werden erfolge gemacht ohne ende der hühnchen baron da ist er hat sein mikrofon gemütet ich weiß es nicht mehr trotzdem ich bedanke mich für das zuschauen wir sehen uns dann morgen gehabt euch gut und tschüss tschüss